Nummer 76 – Gemeinsame Bestattung von Ross und Reiter Ein Ross machte die Menschen mobil. Man musste es sich aber erst einmal leisten können, Reiten war ein Privileg der Oberschicht und ein Pferd ein Zeichen des Wohlstands. Kein Wunder also, dass es dann auch als Beigabe mit ins Grab kam, zusätzlich zu den Waffen und Teilen des Reitzubehörs wie Zaumzeug, Sattel und Steigbügel. All dies verrät uns, der Tote aus Schnelsen war ein hochrangiger sächsischer Reiterkrieger. Untertitelung des ZDF, 2020